Nathaniel Lees ist ein neuseeländischer Schauspieler und Theaterregisseur. Lees ist das Kind samuanischer Eltern und wuchs in Oakland auf. Ab 1975 wurde er als Theaterschauspieler im dortigen Mercury Theater tätig. Seine erste Fernsehrolle spielte er 1984. In den 1990er Jahren war er selbst Regisseur am Mercury Theater. 1994 war er als Languhrchef in Rapa Nui Rebellion im Paradies zu sehen. In Der Herr der Ringe, die zwei Türme spielte er den Uruk-Hai-U-Glug. In Matrix Reloaded und Matrix Revolutions von 2003 war er als Captain Mai Fune zu erleben. Filmografie 1990 zu 1991 Shark in the Park 1994 Rapa Nui Rebellion im Paradies 1995 Bonjour Timothy 1995 zu 1997 Hercules 1996 zu 1998 City Life 1998 zu 1999 Der junge Hercules 2001 The A-A-Side of Heaven 2001 Die Vergessene Welt 2002 Der Herr der Ringe Die zwei Türme 2003 Matrix Reloaded 2003 Matrix Revolutions 2007 30 Days of Night 2008 Power Rangers Jungle Fury 2009 Under the Mountain 2011 ICE Der Tag an dem die Welt erfriert Jan 2008 2 7 1 8 1 2 1